Hallo Leute, grüß euch! Ja, das war es, das Sommerfest des Säurenclub Hohe Wand 2021. Und ja, vergangenes Jahr gab es ja keines, ja, wir wissen es ja sicher alle coronabedingt. Ja, aber dieses Jahr hat es geklappt. Und auch wenn wir es wieder mal um eine Woche wetterbedingt verschieben mussten, ja, aber nicht desto trotz, der Ersatztermin hat uns dann ein echt tolles Wetter beschert. Ja, und wie toll das Wetter war, wie man hier ja schön am Bild sehen kann, ja, es war ein richtig tolles Flugwetter auch. Also mit toller Thermik, mit sehr, sehr hoher Basis, also 2000 Meter waren es, ein paar sind sogar in der Basis verschwunden. Naja, wie auch immer, es wurde geflogen, was das Zeug hält. Ja, aber das hatte auch einen kleinen, unter Anführungsstrichen, Nachteil. Das Fest an sich mit der Grillerei begann erst etwas später. Dennoch, irgendwann einmal schlägt dann doch der Hunger und der Durst zu. Man landet dann halt einmal schnell und los geht's zum Festl. Ab späteren Nachmittag gegen Abend füllte sich dann zusehends das Festgelände. Und wie man sehen kann, es waren dann doch eine ganze Menge Leute vor Ort. So manchen Kollegen oder Fliegerfreund hat man schon, naja, wir wissen es ja eh, der Maßnahmen wegen vielleicht schon längere Zeit nicht gesehen. Ja, so ergab sich dann im Laufe des Abends so wirklich so manches nettes und sehr herzliches Gespräch. Urgemütlich war's. Die Grillstation war, ja, wie immer, sehr gut besucht. Speis und Trank gab es ja genug. Ja, und man blicke mal auf den Grillmeister. Das große Messer, hat er das gebraucht? Und ja, auch dieses Jahr hat Oliver unser Fliegerfestl musikalisch begleitet und das in wirklich sehr, sehr guter Manier. Mit der Dämmerung und Einbruch der Dunkelheit wurde es dann doch ein wenig frischer. Die Temperaturen sanken da so auf plus 14 Grad. Aber trotzdem, man feierte fröhlich weiter noch eine ganze Weile. Ja, es ist halt doch sehr gemütlich, unser Fliegerfestl. Na, da bleibt halt nur noch abschließend eines zum Sagen. Ja, bis zum nächsten Soring Club Sommerfest auf der Hohen Wand. Hoffentlich wieder kommendes Jahr. Ich freue mich, euch schon wieder zu sehen. Bis dann und Servus! Ja, bis zum nächsten Mal. Musik